Hallo, heute möchte ich gerne mal über einen Gedanken von Krankheiten sprechen, der auf den ersten Blick banal klingt, aber doch mich täglich beschäftigt. Das ist nämlich der Spontanverlauf von Krankheiten. Also ich sage mal ein Beispiel, ein Mensch hat eine Krankheit und dann geht er zum Arzt und dann werden Therapien verordnet. Wenn man mehr zum Naturheilkundler tendiert, kriegt man vielleicht irgendwelche Kügelchen. Wenn man zu einem chemisch orientierten Arzt geht, kriegt man vielleicht chemische Mittel und dann guckt man, was passiert. Meine Erfahrung als Hausarzt ist die, dass es bei vielen Krankheiten einfach auch der Spontanverlauf ist. Also mal ganz laut gesagt, nichts machen ist eine durchaus erfolgreiche Therapie. Schon im Volksmund kennt man ja diesen Spruch bei einer Erkältung. Mit Therapie dauert sie eine Woche, ohne Therapie sieben Tage. Das heißt, in solchen Fällen ist einfach mal Ruhe und Abwarten angezeigt und weder, um das Beispiel der simplen Erkältung aufzugreifen, ist es berechtigt, damit Chemie draufzuschießen. Und die pflanzlichen Mittelchen, die sind zwar vielleicht harmlos und schaden nicht, insofern sind sie den Antibiotika vorzuziehen, aber wahrscheinlich nützen sie auch nichts, weil die Erkältung letztlich macht, was sie will. Und der Mensch hat ja ein sehr komplexes Immunsystem, was die Heilung bewirkt. Ähnliche Beispiele sind Prellungen. Da kann ich jetzt eine umfangreiche Therapie mit Ultraschallwellen, mit Spritzen und Ähnlichem machen oder einfach mal warten, dann geht die Prellung auch wieder weg. Ich will nicht sagen, dass ich da mit diesem Mielismus grundsätzlich das Wort rede. Das heißt, viele Krankheiten müssen selbstverständlich differenziert medizinisch behandelt werden. Und dafür gibt es heutzutage ganz tolle Spezialisten und Methoden. Aber diese einfache Sache, einfach mal nichts tun, ist für mich mein täglich Brot. Und ich glaube, auch als Patient sollte man dafür Verständnis haben und nicht jedes Mal die Forderungen haben, sozusagen dem Motto aufwendig und teuer ist besonders gut.